Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs begreifen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Begreift, Begriff, hat begriffen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich begreife. Du begreifst. Er begreift. Wir begreifen. Ihr begreift. Sie begreifen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich begriff. Du begriffst. Er begriff. Wir begriffen. Ihr begriffen. Sie begriffen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe begriffen. Ich habe begriffen. Du hast begriffen. Er hat begriffen. Wir haben begriffen. Sie haben begriffen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich begreife. Du begreifest. Er begreife. Wir begreifen. Ihr begreifet. Sie begreifen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich begreife. Du begreifest. Er begreife. Wir begriffen. Ihr begriffet. Sie begriffen. Den Schluss macht der Imperativ. Begreife du. Begreifen wir. Begreift ihr. Begreifen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb begreifen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank fürs Schauen.